Hallo Deutschland am Donnerstag, herzlich willkommen. Sechs Tage ist es her, dass ein Mann in einem Hamburger Supermarkt auf mehrere Menschen eingestochen hat und dabei einen Kunden tödlich verletzt hat. Der 26-jährige Ahmad A. konnte gefasst werden, vor allem, weil ihm sich sieben Männer in den Weg gestellt haben, mit allem, was sie greifen konnten. Und dafür sind sie jetzt ausgezeichnet worden. Stellen Sie sich mal vor, Sie bekommen völlig unerwartet eine Zahlungserforderung über eine fünfstellige Summe ins Haus. Genau das ist Hauseigentümern an einer Straße im hessischen Wetzlar jetzt passiert. Sie sollen für Kanal- und Straßensanierungsarbeiten bis zu 60.000 Euro bezahlen. Die Familien haben durch die unerwartete Forderung jetzt Existenznöte und wissen nicht mehr so weiter, was sie machen sollen. Mittlerweile hat sich der Zustand des 21-Jährigen aber verbessert und er ist wieder entlassen worden. Für Bräutiger Marco läuft erstmal alles glatt. Er steht vorm Standesamt und wartet auf seine Liebste. Aber Elisabeth kommt nicht. Oder sagen wir, sie kommt ein bisschen später. Aber dafür in Begleitung eines fremden Mannes. Sie sitzt nämlich auf dem Rücksitz eines Streifenwagens. Ja, allerdings. Wem Mallorca zu weit oder zu voll ist, der fährt gerne ins niederländische Rennesse. Denn Party machen wird auch da ganz groß geschrieben. Allerdings unterschätzen einige Deutsche die strengen Gesetze der Holländer. Zum Beispiel, wenn es ums Trinken in der Öffentlichkeit geht. Zur Verstärkung schickt die Krefelder Polizei regelmäßig Beamte über die Grenze, die bei Ärger oder Verständigungsproblemen helfen. Und das kommt gar nicht selten vor. Ja, und übrigens im Winter kommen dann die niederländischen Kollegen nach Krefeld und unterstützen dort auf dem Weihnachtsmarkt. Anja H.'s Eltern, die sind sich sicher, ihre Tochter hat mit Mike F. endlich den perfekten Mann und damit auch den perfekten Schwiegersohn gefunden. Dann verschwindet die 21-Jährige. Angeblich hat sie einen neuen Freund. Kommissar Gerhard Bene leitet damals die Ermittlungen in dem Fall, den er nie vergessen wird. Im Urlaub, da will man Land und Leute kennenlernen. Klar, wo sind die hippen Viertel, wo sieht man Kunst und Design und bekommt echte einheimische Küche. Für Lissabon gibt's ein paar Geheimtipps für Touristen. Und davon, von den Touristen, gibt's extrem viele. Die wollen auch gut untergebracht sein. Aber der Trend, da zu wohnen, wo die Einheimischen auch wohnen, der wird langsam zum Problem. Endlich ist es soweit. Acht Knopfaugen dürfen zum 1. Mal ins Freigehege in Hagenbergs Tierpark. Die Vierlingstiger-Welpen erkunden jetzt ihre völlig neue Welt. Geht doch. Wir können nämlich einfach Antonia und Berta draus machen. Dann passt's. Danke fürs Zugucken. Morgen freut sich hier meine Kollegin Babette von Kien. Lehn auf Sie. Hier geht's jetzt direkt weiter mit Leute heute, mit Florian Weiß. Damit gute Unterhaltung und bis bald. Tschüss. Hier geht's.